hallo liebe pyro fans und youtuber lacoma grüßt euch wieder zu einem neuen video es geht weiter mit den neuheiten von agento wir haben hier die apollo 2000 rockets ganz neu in diesem jahr genau wie die anderen die ihr schon in den vorherigen videos gesehen habt das war die atlas und die delta und es gibt noch die apollo und zwar mit der maximalen nem von 20 gramm wie immer in kategorie f2 neun stück in der verpackung effekte haben wir hier wieder gestaffelt von oder bezeichnet betitelt wie auch immer schließlich ich euch jetzt nicht vor das erspare ich mir jetzt die rückseite hier steht 180 gramm also 20 gramm pro stück ja wunderbar das sind die dicksten und fettesten zurzeit schauen wir uns an ab zur zündung bis gleich ach ja bevor ich es vergesse natürlich leute wenn euch das hier gefällt den kanal abonnieren und das glöckchen aktivieren dann verpasst ihr auch nichts ab zur zündung apollo 2000 und wir fangen wieder mit an ja die sind sehr ordentlich weiter mit b und c und c auch bei der serie hier flugkurve miserabel also meine meinung d und d und aus G und H hinterher und zu guter Letzt I. Ja Leute, das waren die Apollo Rockets, Apollo 2000. Ich fand die sehr schön, wie ich schon erwähnt hatte, eine absolute Neuheit. 20, 22, jetzt habt ihr sie mal quasi live geschossen gesehen. Ja, Leute, wenn euch das gefallen hat, Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Video. Komm mal, grüßt euch, haut rein.